hallo und herzlich willkommen hier bei chris will spielen wir sind in project cast 2 unterwegs dieser mit kommentar wir fahren auf dem red bull ring mit dem ferrari 488 gte nicht den aus der gt3 ich wollte auch mal gt wagen testen genau wir haben gt3 fahrzeuge und gt fahrzeuge mit dabei insgesamt 20 stück wir fahren zehn runden haben den verpflichtenden boxen stopp stopp und diesmal wird es nicht regnen oder schneiden wir fahren einfach nur bei der sonne es gibt zehn minuten qualifang damit ich mir die strecke anschauen kann weil die bin ich ich glaube ich bin sie mal in der formel 1 gefahren aber sonst bin ich die noch nie gefahren von daher schaue jetzt qualifang und zum rennen sehen wir uns dann wieder so und da sind wir vom ende vom qualifang lief überhaupt nicht gut das ist ein letzter lief echt nicht gut also die strecke ist echt recht schwer wenn man sie noch nie oder wenn nicht sehr also ich kann nicht immer gefahren bin aber das soll uns nicht stören ich habe die bots von den letzten zwei also jedes rennen ich habe jetzt müsste das dritte rennen sein theoretisch weil sich gut hat jedes rennen anschließend habe ich die bots fünf und fünf punkte schwerer gestellt aber trotzdem sollte man das hier hinbekommen wir brauchen auf jeden fall noch anderes tuning jetzt brauche ich mehr flügel wo stelle ich hier flügelein karosserie abtrieb vorne einmal zwei hinten siegen dann das ganze vielleicht schon besser speichern so dann würde ich sagen wünsche ich euch viel spaß ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, keep it up! Confirm, we're ready for you when you are here. We're ready for you when you are here. We're ready for you when you are here. Okay, to go! We're ready for you when you are here. We're ready for you when you are here. We're ready for you when you are here. Okay, lovely job. That's your fastest final sector so far today. Keep it up! Good stuff! That's the fastest sector time. Yep. Good stuff! 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 Das ist die erste Runde so far. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020